Heyo, wir sind heute in einem alten kleinen Bauernhäuschen und es ist einfach nur ein richtig geiles Denkbier. Wir haben schon viel Interieus gesehen und... Ja, das stimmt schon. Machen wir es nochmal neu. Das ist schon viel, ne? Ja. Ja, schon interessant. Ein Wurstkessel? Ein Wurstkessel. Dennis? Das ist der Wurstkessel. Wir haben einen Wurstkorb da drinnen. Echt? Ja. Da fehlt auch noch der Einsatz. Da fehlt... Wir haben damals Wurst gekauft. Wurst, Gläser. Da kannst du alles nur einstellen. Wenn du es aufgekocht hast, kannst du eine Wurst kaufen. Geil Fleisch noch. Das ist bestimmt auch was. Was ist noch hier? Ja, bestimmt mal Wurst gereiert oder sowas. Wie so ausläuft. Sieht mich so heiß. Ja, bestimmt mal Wurst gereiert. Was ist noch mal Wurst? Cool. Also wie die Großstädter, die sich jetzt tragen, woher weiß Manu das alles? Manu kommt tatsächlich aus dem Dorf. Und er hatte damals, bis er in eine etwas große Stadt hinein gezogen ist, auch so gelebt wie in 1800. 1800. Deswegen ist das alles nicht so unbekannt für ihn. Das war aber ein Sattelschlepper. Nee. Nee. Brustgeschirr für die Pferde. Brustgeschirr. Mhm. Brustgeschirr für die Pferde. Das ist für den Zug. Für die Culture. Wie funktioniert das Ding? Ja. Man fährt ja irgendwo an den Kopf gespannt. Also drum gespannt. Und dann wird das für die Culture. Oder wenn du es dann angespannt und alles. Dann kannst du es auch mal mitfahren. Okay. Cool. Das ist gerade zu Väter noch einiges. Was hattest du gesagt? Ist das von einer Uhr? Das sah so aus, ne? Das kann wirklich von einer Uhr sein. Und dieser Strebe, die hier ist. Ja. Das ist mit einem Kilo. Das ist mit einem Kilo. Die Kilo. Die Kilo ist. 400 Gramm. Und 50 Kilo. Was? Ja. 400 Gramm. Ja. Das macht es dann als 50 Grad. Ja. Stimmt. 550 Kilo meine ich. Und dann. Und hier noch die reifen Klamotten. Gibt das einen Spiegel oder ein Bild? Ich trage einen Gimbel, der gerade so 4 Kilo, 5 Kilo wiegt mit meiner Kamera. Das ist gerade auf einer Hand, das ist echt scheiße schwer. Ah, hier geht es raus, in einem anderen Haus. Aber wir werden erstmal die zweite Etage besuchen. Du, es war einmal die dritte. Ach du Scheiße. Die sehen nicht ganz so gesund aus. Alter, pass auf, wenn du umsteigst. Ja, ist süß. Ist ja schön. Grüßens Lapper. Fuck. Alter, fuck. Ist das geil. Es ist natürlich immer so richtig niedrig, dass man sich daraus stoßen kann. Scheiße. Alles gut? Ja. Ich bin gerade übelst voll geflasht. Vor allem von meiner Größe heraus. Also das erste Mal bin ich so groß als Pion. Das stimmt. Ich hab auch, das ist gut. Das ist ein schöner Schock. Das ist ein Maraboni. Oder? Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. So, das hat vielleicht schon seinen Ländersinn gehabt. Jeden Zimmer ein Ofen. Ein bisschen Gabenlose raus. Das war's. 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 Fuck. Alter. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Sinni. Die Sinni. Das war's. Das war's. Das was's. Das ist in einem Safe-Trenner, man sieht es, dass sich hier das Schloss nicht bewegen lässt. Irgendwie auch kein Schlüssel, das es hier gibt. Und das hier haben sie schon besucht, irgendwie auszubrechen und rauszuschweißen, dass man da mal reingucken kann. Denn Inhalt laut, das ist eine Sauerei. Okay, da muss ich euch teilhaben. Das Häusel ist so niedrig. Manu dreht sich gerade um und klatscht vorne mit dem Kopf gegen den Balken. Es hat gerade einen Gong getreten, das ist wahnsinnig. Das sieht man hier aus dem Boden wagen. Der komplette Seite liegt. Das ist so nett, wir sind rein zu gehen. Kommt, glaubst du? Kommt, jetzt um hier rein zu gehen. Wir sehen uns auf die Schlosser. Wenn die Schlosser gehen, geht es um hier rein sehr. Ich glaube, das war's gut. Es ist irgendwo besucht, ey? Ich bin es hier, ein Wofürger oder der priority? Ich bin es hier, bis zu anderen Seiten. Oh, mein Herz, was ist hier eincorps! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017